Kro-ni-chi, wow! Meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingescheidet habt. Und der Joni ist wieder mit am Start, der Hamster-Pudel. Was geht ab? Und du hast mir was mitgebracht, ne? Ja. Aus London. Wow! Aus London! Wer hat die dir mitgebracht? Äppel-Button. Dann würde ich sagen, holen wir uns hierher. Und zwar 3, 2, 1 und... Ja, da ist sie schon. Ich hab den Kurzschleim rausgeholt. Ja, ich glaub, den hast du schon vorher gesehen. Weil du kamst an und hast gesagt, ich hab Furzschleim, ich hab Furzschleim! Zeig mal, was steht denn überhaupt drauf? Toxic Waste, Green Sour Candy. Ich dachte, du hast gesagt, es steht auf Deutsch alles drauf. Ja, ich glaube auch. Boah, ich bin furchtbar. Oh, oh, das sieht schon echt gefährlich aus. Ich weiß, dass das so ordentlich ist. Oh! Oh my goodness, wie schaut das denn aus? Oh, ich glaub, ich muss kotzen. Riecht mal. Ach, das riecht schon lecker. Ah! Nee, ich probier, du nimmst. Oh, oh! Ah! Du hast zum ersten heißen Gesicht verziehen. Ja, das riecht. Ich will als erstes ein heißes Gesicht verziehen. Meinst du ist jetzt auch lecker? Das war mega sauer gerade. Ist doch lustig. Ich empfehle euch, die sollte ich dir kaufen. Wir werden ja sehen, was rauskommt. Schreibt uns dann in die Kommentare, ob ihr euer Gesicht oder nicht verzogen habt. Machen wir das nächste, hoffentlich wird es nicht so sauer. Nee, dafür brauchen wir trinken. Wie trinken braucht man dafür? Strohhalm. Äh. Ja. Ja, oder machen wir das einfach auf? Mhm. Oh, das schmeckt nach Cola. Ja, komm, lass alles aufessen. Okay, Mann. Hey, wir können es auch mal holen oder so. Okay. Das muss ja keiner erfahren. Von Polen und Folien. Von was? Von Polen und Folien. Ach so. Was ist das? Was? Sangelung. Halt, halt, halt. Das ist von Cola. Nee, Cola. Manchmal schmeckt es echt komisch. Ja, das stimmt. Nächstes oder noch weiter? Mhm. Okay. Was ist das? Burt's british head cooked potato chip. Smoked crispy bacon. Mmh. Bacon. Boah, wie schön wie die riechen. Riech mal wie die riechen. Riechen gut. Mh. 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 Besser als die andere. Schaffst. Und gluten free? So gut, ja? Komm, man hat sich nicht beschworen. Mh, stimmt, heilig. Habt ihr überhaupt schon mal dieses coole, mega coole Shirt gesehen? Achtung. Und jetzt. Aaaaaaah. Oh, verrückt. Ich hab noch mehr davon. Das ist jetzt einfach mal das schlimmste. Oh, was ist das? Blut? Ketchup? Extreme Ketchup and Mustard. Warte, das probieren. Aber ich glaube. Also Ketchup und Senf steht drauf. Das muss ich mir erst drauf machen. Ja, ey. Ja. Juhu. Ey. Leute, ihr müsst euch heute Grund durch die Zähne putzen, Mona. Mona. Ritten. Alter, das riecht so. Übergefahr. Übergefahr? Abgefahren. Achso. Übergefahren. 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 Oh Gott, ich bin gespannt. Ich leb schon ganz doll von dem Zeug. Ahaha. Ahaha. Was ist das? Hm. Ich weiß nicht. Schmeckt gut. Aber noch was? Ah, Erdbeeren. Da ist noch eine Erdbeere drauf. Hm. Ja. Huch. Ja. Ja, boah. Okay, komm, wir gehen jetzt mal Hände waschen schnell. Ja, bis gleich. Das habe ich mir jetzt schon lange gefangen. Leute, ich glaube, ich weiß schon, was das ist. Kaugummi. Refreshes. Der Original-Level-Flavor von... Keine Ahnung. Slytheres... Bla, bla, bla. Ja. Bla, bla, bla. Ja, die hat in die Tiefe geworfen. Oder nicht, dass wir dann zum Zombie werden. Warte, lass mich auch essen. Vielleicht wäre ich dann zum Zombie. Hm. Hm. Gern. Hm. 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 Machen Sie doch ein bisschen Resi. Ist gegeneidig. Hm. 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 Es schmeckt ein bisschen wie... Guck mal. Guck mal. Die jetzt irgendwie ist. Hm. Ich probiere jetzt mal was. Hm. Boah, nee. Verrückter. Hm. Schmeckt noch besser. Komm. Hm. Hm. Soll ich wegnehmen wieder. Hm. Ich geh mal schnell Hände waschen. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Dann geh mal mal Hände waschen und dann findet man ein tollwütiges Pikachu mit dem Schwert. Hm. Mäh. Mäh. Oh my goodness. Chili Candy. Entschuldigung, leid ich bin immer noch der Jonas. Ich hab mich nur als Pikachu vorgleichen. Los. Wow, wow. Meine Hände kleben. Abonni lad meinen Kanal am Sabote. Aktivier die Glocke. Und wenn ich der Beste auch noch da. Und, fandest du die jetzt scharf eigentlich? Oh ja. Ich fand die gar nicht scharf. Also sie schmecken wie Jelly Beans. Sind Jelly Beans. Mhm. Sind Jelly Beans. Oh, jetzt hab ich einen erwischt. Was? Welchen? Was? Wie meinst du? Welchen? Ich ne, ich ne. Die Grün. Sind auch so aus der Küche. Hm. Warte. Caramel Balls. Also Caramel Balls. Das sind ihre... Ich muss alles umgehen. Ja. Oh. Ah. Jetzt hab ich's verstanden. Kann man das so nah ran machen? Warte dich, der Schlag. Das kann mir noch nicht. Es sind Caramel Balls. 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 Zehn Stunden Spender. Was? Zehn Stunden Spender. Hm. Das ist wie mau am... Ey, mit Füllung. Ist gut, die Füllung. Was ist die Füllung? Ganz normal. Ganz normal? Ganz normaler Geschmack, ne Leute? Bugs. Oh, Insekten. Oh, das sind Insekten. Jonas. Oh nein, ich hab ne Kreuzspinne. Hm. Oh, nice. Hm. 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 Oh. Ritz... Ritz Bitz. Was? Ne, Ritz Bitz. Keine Ahnung, das ist Caramel. Ritz Bitz. Und zwar ist da Erdnussbutter drauf. Peanut Butter Cracker mit Peanut Butter. Schon mehr Erdnussbutter gegessen? Oh. Was? Boah. Und Nien Snickers gegessen? Nien Snickers schon. Da ist da auch Erdnussbutter drin. Ist. Ist. Auch. Und mein ganzer Erdnusset. Hm. 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 Ja, gönnt ihr halt, Alter. Gönnt ihr halt. Du hast nehm ich geworfen. Hör mal was hier. Nee, dafür brauchen wir echt trinken. So brauchen wir trinken. Kannst du noch oben im Wasser nehmen? Hä, wieso braucht man das? Ist das zu... Ah. Warte, ich hole nicht los. Ja, warte, ich komm mit. Dann bin ich gleich wieder da. Jo, bis gleich. Eine Minute, 37 Sekunden später. Du hast jetzt mal zwei kleine Bläser Wasser geholt. Also, wir machen ihn, wenn wir müssen, wer was kriegt. Okay. Und der kleine Mickey Maus geht ins Rathaus. Rathaus brennt. Mickey Maus rand. Ampel rot. Mickey Maus tot. Und? Wer kriegt jetzt was? Haben wir jetzt gewonnen oder verloren? Hm, was ist das denn so? Soll das wirklich ins Wasser kommen? Keine Ahnung. Es liegt einfach nur drin. Alter. Wie du das voll geextet hast. Also, irgendwie hab ich das Gefühl, das war nicht fürs Wasser. Mh, ist es nicht. Nicht? Mh, Entschuldigung. Aber es sieht immer so, wenn es so Tabletten sind, siehst du immer. Irgendwie so, was ist in meinem Gesicht? Nur so? Weil meine Dase juckt. Was schmeckt denn das, Brüder? Was ist denn das? Ich weiß es noch nicht. Irgendwie so. Mal da drin raus. Boah. Was schmeckt denn das, Brüder? Was ist denn das? In meinem Blau schmeckt. Und so, die Verpackung hinten davon. First it's the candy, then it's the gum. Also nicht runter schlucken, das ist ein Kaugummi. Habe ich. Echt jetzt? Ha, hast mich gebrankt. It's a brank! Stimmt, aber erst ist es eine Süßigkeit und dann wird es ein Kaugummi. Gibt es auch so, wie irgendein so ein Pulver. Und man sich das dann reinschüttelt und lässt es dann erst zum Kaugummi. Echt? Und jetzt haben wir noch saure Smogbälle. Dann wollen wir nachher noch ein bisschen sagen. Das wird niemals jemand erfahren. Auf jeden Fall darf ich es erfahren. Nee, Pikachu musste ich erst in der Cave aussetzen. Also es sind saure, saure Fälle als letztes. Oh nein, ey, ich weiß nicht. Sie sehen voll cool aus. Boah! Boah, das ist schön. Ich hab boah! Dann hier nehmt ihr so an hier. Dann hier nehmt ihr so an, der ist nicht sauer. Okay? Da muss man sich bestimmt immer höher arbeiten, bis man irgendwie halt grün ist. Weil grün ist immer am schlimmsten. Bindestuft? Mhm. Der kann doch machen, der muss das lieber. Hör mal, was? Zocken wir jetzt da raus. Hübsch! Nein, wir haben gar nicht überzogen gesagt, nein. Das machen wir nicht, Mama und Papa. Könnte vergessen. Das würde ich und der Dani doch nie machen. Niemals. Also bitte. Das sind doch nicht dumme Leute. Oh, klingt auf. Leute! Jetzt machst du auch kurz, ne? Kann man noch den Wasser? Den hast du leer getrunken, den Wasser. Was jetzt? Keins mehr. Fertig. Das war's dann soweit von unseren Süßigkeiten. Vielen Dank an Applebottom, dass du die mitgebracht hast. Das ist ein saures Ding, Mutter. Vergesst nicht die Glocke zu abonnieren und ein Like da zu lassen. Sayonara! Ciao! Ciao!